Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Eddie, das ist ja ein ganz anderer Stand hier. Die meisten machen Dreck mit ihren Arbeiten. Ihr seid die Saubermänner hier auf der Baumau, oder? Wir sorgen dafür, dass der Wegwart wegkommt. Das Kontroll, wir hauen den Staub weg. Unter anderem mit diesem Gerät hier, oder? Klein und handlich, was kann das? Unser TROM 400 neues Gerät, jetzt dieses Jahr hier für die Messe rausgebracht. Hat eine hohe Luftleistung, kleines kompaktes Gerät, 230 Volt, wahnsinnig Power, gut für Schleifmaschinen, für Fräsen und für andere Saugarbeiten natürlich.